So, da gehen wir jetzt rein. Und dann gehen wir wieder zurück. Oder? Ah, stimmt. Hier kommen wir auch noch lang. Ach, ja. Pokémon. Texo. Verschneider. So. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Kannst du deine kacken Poké-Bälle nicht einfach in den Rucksack tun? Teenagerin. Nee, Pfadfinderin. Was hast du denn? Ein Miraplar. Level 18. Boah, ich hab voll Brand, ey. Aber mein Wasser steht zu weit weg. Ich kann nicht reden. Ja, Dave hat KP verloren. cutina. Uuuh quiteまず. Das. Hehehe. Quitsch. Ein Knophenja. Nein Wachstum Was bringt dir das? Was ist überhaupt spezial? Oder spitz Ich weiß nicht, was das ist Wickel Yes, ging daneben Tod? Sehr schön Dave, Dave, Dave Der Bereich Level 20 Noch ein mehrer Plan Ja, jetzt machen wir mal Lutex Der kann ja auch wieder was mit Blut reißen Vielleicht brennt's ja wieder Ich glaub, das Schneider ist ja auch ganz gut Och, Mann Nee, doch nicht Ich hab jetzt gedacht, weil Hieropla ist ja Pflanzen-Pokémon Und diese Bäume Sind ja auch Pflanzen Deswegen hab ich mir gedacht Dass das vielleicht irgendwie gut ist Aber da hab ich mich wo getrutscht Ähm, nein Es kommt noch ein Knutzen Brennen Ich werd jetzt gleich mal Ähm, gleich werd ich mal so ein Gegengift benutzen Weil hab ich glaub ich sechs Stück von oder so Gift geht glaub ich Oh Level 21 Gift geht auch glaub ich von selbst nicht weg Also wenn's vergiftet ist, dann bis zum Tod Okay Ähm, Item Ich hab doch hier irgendwo Gegengift Da Dankeschön Ähm, ich speichere mal ab Dankeschön Ui Man sieht aus, als ob er kämpfen möchte Endlich kommt jemand Mir war richtig langweilig Okay Ich möchte eigentlich ganz gerne was zu trinken holen, aber Ich hab schon Bin ja schon zwei Stunden 19 mal aufnehmen Macht euch richtig Bock Ich will am liebsten auch weiter aufnehmen Aber dann gibt er zu viel Ähm Probleme mit dem Aufnahmegerändergedöns Achso, ist er paralysiert Ja, dann bist du halt tot Ist auch okay Ich hol mir jetzt erstmal was zu trinken Ah Gehört's wieder klapper So Oh, das war sehr laut Tut mir leid Das tat gut So Ähm Komm, nehmen wir Wer steht denn da überhaupt jetzt Weiß ich schon gar nicht genau Nehmen wir einfach Ist Glut bei denen gut? Geht so Muss bei dir zerschneiden Boah Aber es war halt ein Volltreffer Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob das geil war oder nicht Boah Ach man Ich war gerade am überlegen, ob ich gleich noch zerschneider machen kann Aber der Typ im Schiff Meint ihr ja Dass es geht Wirbelwind Was ist das denn für eine Kackattacke Kackattack Gut, dass ich den Mist nicht dem Smetmo beigebracht habe, ey Nein Das gehört einfach dazu jetzt mittlerweile, das Geräusch Äh, Windstoß Ist das geil Nein Hm Ruckzuck hieb Nein Okay, ich muss ein anderes Pokémon sehen Geht das jetzt überhaupt noch? Weil es geklammert ist? Denn es ist eh kacke Ich weiß es gar nicht mehr Ich weiß nicht mehr, womit ich das kaputt gemacht habe War das mit dem Nidoran oder war das mit dem Sapkons-Metbo? Das war das Smetmo Der Begriff Ich ziehe nicht viel ab Treff weiter an Ich hab wieder drei ab oder so Wer war da Was war das schon etwa Dings Was? Ich hab hier ganz schön geschneid und lackert, oder? Ich hab nicht Ich hab nicht gelesen, was da war Sie haben Was ist das? Teleport Bringt mir aber, glaub ich, nichts Das ist, glaub ich, nur aus dem Kampf raus teleportieren Was ist das denn hier für eine Gegend? Das kommt mir hier alles ganz komisch vor Haha, wer ist denn mit einem Kampf? Stell dir mal vor, also würden euch Leute anquatschen Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Super Was ist das? Das ist es. Und jetzt Was ist das? Ja, nice. Nein. Nein. Schlimmer wäre, wenn ich eine Onyx hätte. Müsste ich das die ganze Zeit machen, wenn ich das hole. Also, wenn ich mit dem angreife. Okay, hier unten war nichts geiles. Ein fairer Kampf. Wir haben bestimmt schon voll viel Cash. Könnte ich mir vorstellen. Cash in the cash. Da können wir nicht lange. Route 9, Azuri, ist hier die Felstunnel. Oh, was stehen denn hier so viele Spackos rum, ey? Ich wollte eigentlich noch besser in die nächste Stadt spielen, aber hier sind so viele Leute. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Glutexo ist aber tot, ne? Eine Raupie. Fickt Lars eigentlich Schnabel? Weiß ich's nicht. Äh, ne, Glutexo war ja nur gegen Pflanzen-Pokémon gut. Nicht gegen, äh, Käfer-Pokémon. Habe ich mich gerade wieder dran erinnert. Da war ja was. Ein Horn-Lew. Nö, Lars bleibt noch drin, ne? Höre wir 20. Ui! Nice. Und ich vergifte, ich vergifte, nicht vergifte, denn... Dankeschön. Okay. Das erreicht Level 23. Blutzuck. Blutzuck ist dieses fluffige Vieh mit diesen riesigen roten Augen, oder? Und diesen Antennen auf dem Kopf. Ja, aber es sieht hier sehr komisch aus. Äh. Ja. Aussetzer. Ah, Aussetzer ist das mit dem Blockieren. Das brauche ich aber auch nicht. Habe ich zwar in den TM von, aber... Hm. Ihr könnt mir aber bitte sagen, was, ähm... Ach, du kannst auch Konfusion. Was der Wirbelwind macht. Ach, Mann. Ach, Mann. Okay. durch den fels tunnel nach lavandia du das war für der möchte kämpfen vier stück ein rad fraz ich habe auch nicht dass das super zahlen hat oder hat das nur radikal ok das hat sich schon mal erledigt entdeckt ja dann kann las drinnen bleiben ach stimmt weil las sie am flug pokémon wow heftig rett haben ja ich bleibe las wird stürmen wo man dennis und ich versuche mal slam auf rett haben vielleicht ist es auch einfach nur kacke das leben nein ich fand es jetzt ganz geil also war das nur bei dem einen pokémon wo ich das eingesetzt hatte so kacke ein sandal nee dennis bleibt drin nochmals land geht das naja ist nicht so gut aber ich benutze es weiter das wäre voll cool wenn man das irgendwie leveln könnte ficken indem man die öfters benutzt die attacken aber ich glaube das habe ich schon mal gesagt ist besser konfusion ja hekel war nicht so geil ok mit dir habe ich mich übernommen mhm ok da ist nur komm wir wissen was es hier für pokémon gibt gar keine anscheinend das ist nur fake rasen oder was dankeschön ein radikal du kannst nicht davon weglaufen ok alles klar ich wollte eigentlich gar nicht fliegen aber gut gegen dich haben wir schon es sind nicht mehr viele du hast keine chance du kleinerer bauke ich muss noch was trinken ich habe es zu brand heftig steinwurf ist glaube ich sehr gut ja ich glaube die greift auch mehrmals an die attacke das ist meine rettung na nicht hekel ich habe nach unten gedrückt der controller okay das ist besser Ach stimmt, ihr greift ja zweimal an. Habe ich schon wieder total vergessen. Oh, bitte kein Onix. Bitte kein Onix, bitte kein Onix. Mach holo. Ich kann nicht wechseln. Mach holo. Mach holo. Oder? Ja. Stirb, 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 stirb. Ach, ficken. So. Kein Onix, kein Onix. Erreich Level 25. Sehr geil. Kleinstein. Gut. Nein. Ich kann nicht wechseln. Nein, das war falsch. Ich muss Doppelkick machen. Oh. Doppelkick. Yes. So. Oh, jetzt verziehe ich mich wieder. Was ist passiert? Das weiß ich auch nicht so genau.